Jetzt läuft's. Okay. So, ja, komm näher. Etwas tiefer. Stopp. Jetzt gehen wir nur aufs Gesicht der Gottesmutter. Ja, näher. Sehr gut. Näher. Und stopp. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir auf das Kind. Das Gesicht des Kindes. Jawohl. So. Weiter noch etwas höher. Und ruhig näher ran. Sehr schön. Stoppen. Und jetzt wieder auf die ganze Ansicht. So, und drehen. Weiter weg noch. So, ja. Etwas nach oben. Ach, die hat die wieder da oben drin. So. Ja. Zurück. Genau, tiefer. Ja, jetzt sieht man es wunderbar. Super, genau. Und wieder aufs Ganze. Ganze Ansicht. Bisschen zu dir rüber. So, gerade halten in sich. Etwas höher, etwas näher zu mir ran. Und stopp. Es geht mal. Ich habe es noch über das, was ich vernis. Okay. Dann geht's. Vielen Dank.